Hallo und herzlich willkommen zum Wetter. Heute gibt es für alle Winterdienste einen echten Großeinsatz, denn es droht Eisregen. Bereits in den letzten Stunden kam es zu glatten Straßen in Rheinland-Pfalz, Hessen, dem Saarland und Baden-Württemberg. Teilweise durch Schneefall, teilweise aber auch durch Eisregen. Hier entspannt sich heute die Lage im Tagesverlauf, denn von Westen kommt mildere Luft mit 3 bis 5 Grad herangezogen. Aber dieser Regen, der zieht weiter nach Osten und dann droht hier zum Abend von Mecklenburg-Vorpommern über Berlin-Brandenburg bis nach Sachsen und Thüringen zum Teil extremes Glatteis. Wir erwarten hier im Tagesverlauf noch entsprechende Unwetterwarnungen. Aber auch im östlichen Bayern, da kommt der Regen zum Abend an und dann droht hier Glatteis. Im Westen dagegen bei 3 bis 5 Grad kaum noch Glatteisgefahr, hier ist es einfach schon relativ mild. Die kommende Nacht, die bringt dann auch weiterhin Glättegefahr im Osten. Immer wieder Regen, bei Temperaturen um oder knapp unter 0 Grad kann es hier spiegelglatt sein. Nach Westen mit 4 bis 5 Grad, teilweise auch 6 Grad schon deutlich milder und hier dann weitgehend Entspannung. In den kommenden Tagen, da zieht sich der Winter weiter zurück. Am Sonntag sogar 10 Grad im Westen, also richtig mildes Wetter. Dazu jede Menge Regen und Wind, also so richtig ungemütlich. Und auch der Montag wird überwiegend grau bleiben. Temperaturen von 1 bis 9 Grad, das sind nicht wirklich winterliche Temperaturen. Und der Winter, der bleibt erstmal auf Distanz. Die ganze kommende Woche wird eher nass, kalt werden. Temperaturen so um die 5 Grad, nachts vielleicht hier und da mal leichter Frost. Aber der Winter, der bleibt erstmal verborgen. Und ob er denn pünktlich zu Weihnachten zurückkehrt und uns grüne oder weiße Weihnachten beschert, das ist momentan sehr, sehr unsicher. Die Zeichen stehen derzeit eher auf grüne Weihnachten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, bis Montag.